Wenn man mir damals als Architekturstudent gesagt hätte, ich solle Paris zerstören. Der Mensch regeneriert schnell, Ebanach. Herr General, vor Sebastopol, als ich Ihren Angriff vorbereitet habe, habe ich nicht gezögert, die alte Festung zu sprengen. Ebanach, bei Sebastopol musste ich die schwerste Pflicht meines Lebens erfüllen. Ich spreche von der Liquidierung der jüdischen Bevölkerung und ich habe den Befehl ausgeführt, mit letzter Konsequenz. Ich weiß, wir haben die Gräben ausgehoben und wir haben sie zugeschüttet. Und heute geht es um Paris!